Der nächste Test steht an die Knallkörper Astronaut. 50 Stück, wer sich besser auskennt, das sind halt die sogenannten Scheising Cracker. Die wurden halt anders gelabelt mit grauer Zündschnur und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese kleinen Knaller. Der nächste Test steht an die Knallkörper Astronaut. Warum gehen die so schnell los, die Dinger? Alter, warum gehen die so schnell los, die Biester? Alter, das ist ja gefährlich. Guck mal, wie scheiße die brennen. Ey, wie ist das denn ja Scheißdinger? Ey, das sind wirklich die Hollanddinger nur gelabelt. Ja, toll. Jetzt ein kurzes Fazit zu diesen Böllern. Also ich finde sie recht gut für die Größe, sind aber teilweise ziemlich gefährlich durch diese Viscos. Ich kann euch das mal kurz nochmal zeigen. Die brennen halt ziemlich komisch und ziemlich schnell ab. Ja, und deswegen muss man hier wirklich sehr, sehr aufpassen bei diesen kleinen Knallerchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.